Komm, reiß die Haut. Die zieht den Kopf mit immer. Aber Papa, der Kopf, der fällt dann auf den Tisch von der Raupe, stimmt's? Zieh die Haut ab. Sie verpuppt sich. Siehst du es? Schau mal, der hat ein paar grünen Stacheln. Ein paar grüne Stacheln? Wo? Da, da. Nee, der hat keine grünen Stacheln. Der hat schwarze. Komm, zieh! Und zieh! 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 Zieh in, Bubi! Komm, kleine Raupe, du schaffst es! Das heißt, er zieh in. Huck! Die fällt dann runter und hängt sich bei der anderen Puppe auf den Tisch. Papa, welche Tiere essen den Schmetterlingspuppen? Auch die Vögel, würde ich sagen. Ein Glück fliegen hier nicht so oft Vögel vorbei. Die stellen wir doch wieder rein. Hey, guck mal. Am Kopf hatte sie sich schon verpuppt und der Kopf geht weiter. Die zieht nämlich die Haut immer weg. Und unten drunter ist dann die Puppe. Unter der Haut ist die Puppe. Wenn sie noch mini sind, ist die Puppe auch noch mini. Wenn sie bald riesig werden, dann wird auch eine Zon verpuppen. Ja, wird sie auch bald verpuppen. Da, du schmeißt es gleich runter. Papa, wie heißt es nochmal? Ein Stachel eines Korpions? Korpions, gell? Skorpion. 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 Ein Stachel eines Skorpions. Ein Stachel eines Skorpions. Nicht schmeißen. Und gar nicht rucknen. Poppel. Poppel. Fällt gleich. Ja, die fällt gleich. Macht's runter. Und jetzt zappeln. Oh Mann! Ist runtergefallen. Klingt wie eine ganz frische Puppe. Oh Mann! Papa, die Puppe ist fertig. Papa, die Puppe ist fertig.